Musik Ja, dann hat er da zumindest noch ein bisschen Blut für seine komischen Tränke da. Ja, da hinten natürlich. Boah, jetzt hab ich mich einmal verschluckt und einmal ganz kurz Schluckauf. Ups. So, wir gehen von da nach da. Ja, wir arbeiten uns jetzt mal eben ein bisschen durch. Oh Gott, jetzt hab Schluckauf, das ist nicht gut. Da. Hallo, Höhlenlöwe. Ein Rotund, da bist du dich, Rotund. Ganz nix, du auch nicht. Tschüss. Dann nicht. Geht alle weg von mir. Ui. Alles klar. So, Wewe weint noch 200 Meter. 200 Meter schaffen wir doch. Easy. Töner doesn't go? Öfff. Und ich bin schon ein Wunsch. Dann kommen wir uns zwei Teufels. 士fried. delic. Außenposten Außenposten sind feindliche Lage, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erobere sie alle, um Oros zu einem sicheren Ort für die Venja zu machen. Eroberte Außenposten können als steuerweise Ziele im Kartenmenü ausgewählt werden. Sie geben dir Zügeriffe auf deinem Belohnungslager und mehr Dorfbewohner schließen sich an. Nach der Eroberung eines Außenpostens werden die Rohstoffe des Feindes in deinem Belohnungslager geschickt. Du kannst damit die Hütten deines Dorfes verbessern. Cool. Ah, stimmt. Einmal Y. Einmal hier V. Jawohl, das klappt wieder. Man kann da wieder einfach so einen Wolf freilassen oder so. Loll, man sieht jetzt rechts so einen Countdown von der Eule. Krass. Wir warten ein bisschen. Bis der Wolf da die Arbeit erledigt hat. Das ist cool. Das mag ich. Bis den Kill. Da hinten ist aber noch einer. Jawohl. Jawohl, wir haben es schon geschafft, oder? Das war einfach. Und die Eule ist wieder da. Kapal Außenposten. Erobert. Kein Alarm ausgelöst. Wenn ihr Bevölkerung gehört, dann zu wartet. Neue Rohstoffe. Okay. Und neue Dorfbohrner. Cool. Natürlich Fähigkeiten. Warte, warte, warte. Jetzt hat der Typ nämlich ein Haus. Jetzt können wir es nämlich machen. Äh, Takedown. Okay. Äh, okay. Ketten Takedown. Okay, Mammutreiter. Neher hatte ich einen jungen Mammut. Den halte E gedrückt, um es zu reiten. Reite mir best in, nachdem du sie gezähmt hast. Cool. Okay. Wow. Cool. Ja, wir nehmen zuerst die. Dann nehmen wir jetzt die. Und jetzt sehen wir die. Guck, das ist doch cool. Wenn wir dann irgendwann mal einen Mammut finden, dann können wir das direkt mal rein. So, das haben wir geschafft, ja. Guck mal, das sieht doch jetzt schon viel besser aus, ja. Ähm. Jetzt gehen wir noch zu der da. 300, ja, schaffen wir locker easy. Wenn mein Höhlenlöwe mitkommt, kann mir eh nichts passieren. Und die Euler ist auch wieder da. Äh, lass mich durch. So. Oh, da oben. Oh, sorry. Da oben ist etwas. Das kann ich aber gerade nicht identifizieren. Ich glaube, der Höhlenlöwe kommt damit schon klar. Kann ich hier mal hoch? Danke. Jawohl. Alles klar. So beschäftigt man zwei Löwen. Ich muss da eh hoch. Okay. Da muss ich auch noch hoch. Oder? Ne, ich muss da, glaube ich, gar nicht hoch. Aber egal. Jawohl. Besten Kill. Bester Mann. Warte, warte, warte. Kann ich das nicht irgendwann mal verbessern? Warte. Ähm. Ähm. Mal H. Fähigkeiten, Beutetasche, Hilfe, Karte, Handwerk. Hier. Kann ich denn das verbessern? Südstein. Südstein. Klar, ich kann nichts verbessern. Nee, nee. Ich tue euch doch gar nichts. Okay. Die schon. Wo ist denn... Da ist er. Aua. Aua. Wieso brenne ich? Zack. Aua. Aua. Lol. Okay, wir retten mal eben die Gefangenen, wenn ja. Lol. Oh, shit. Ich glaube, ähm, ähm, äh, das war der Falsche. Hat keiner gesehen. Ja. Wir tun einfach mal so, als hätte es keiner bemerkt. Okay? Okay. 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 Danke. Daisel. Dawechsel. Daastian. Daiste. Da should I? Dakaa. Daesh. 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 Was? Alles klar. Dann sind sie auch schon wieder weg. Auf der Jagd. Wir holen uns aber erstmal noch hin. Die Hand. Die Hand, die hab ich gesehen. Wo ist die Hand denn? Nicht da. Missionsgebiet wird verlassen. Ich will nur die Hand haben, ja? Nur die Hand. Mission abgebrochen. Hier ist es doch allzu fix. Warte. Das ist alles so Wichser. Äh, eins. Kuh, entzünden. Da ist die Hand. Wusste ich doch. Deicher Hand. Bläh. Komm. Wie, ich muss mir das jetzt nochmal anschauen. Überspringen. Auf der Jagd. Bär gehen hier. Mal eben schauen. Bär, 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 Bär. Gehen hier. Alles klar. Bär, Bär, Bär. Bär, Bär, Bär. Bär, Bär. Bär, Bär, Bär. Bär war hier. Genau. Bär war hier. Da hinten ist Bär. Da hinten ist Bär. Da ist auch nochmal Bär. Untersuchen. Neue Fähigkeitspunkte. Nice. So, was sieht denn hier? Ein Bienenschwamm. Wow. All der Holz mal eben. Und hier hinter mir war noch irgendwas. Nordgelbblatt. Moment, mein Hund. Äh, mein Hund, ja. Mein Hund hier ein bisschen brüllt. Ähm, was soll ich jetzt machen? Ach ja, Kuh und... Nein. Egal. Herstellen. Ähm. Herstellen. Gut. Jawohl. Hier ist mein Bär auch gewesen. Warte. Mal eben schauen. Da ist ein, ähm... Ein Leuchtfeuer. Da gehen wir mal eben hin. Falls wir das dürfen. Oder... Die Tante dann wieder sagt, nee, also du bist fünf Meter vom Missionsweg entfernt. Jetzt muss die Mission leider abbrechen, weil du bist so inkubtent, dass ich dir nicht mehr zuschauen will. Mh, den Fall, den muss ich jetzt wegtun. Komm. Ganz vorsichtig, ja. Ficken. Mann. Äh, ich seh diesen Berg aber auch nicht. Mann. Scheiße. Ich wollte eigentlich, dass ich den... Das Ding da anzünden kann. Dann hätte ich mir schon mal einen Weg wieder gespart. So. Wir schauen mal wieder nach dem Bär. Da war er wieder. Da ist er. Da ist er. Der Bär. Ein bisschen blutig hier, ne? Was ist denn hier passiert? Hartholz. Ähm, M. Das mal bitte wieder weg. Danke. Süd-Ahorn. Da hinten ist was. Untersuch. Ja, könnte man so sagen. Suchen. Lila Blatt. Äh, da ist was. Da hinten ist was. Komm, schwimm. Schneller. Schöner. Das ist der aus dem Dorf oder so, ne? Warte. Hier ist noch was. Jetzt finde ich Bär. Hier ist er. Komm. Nein. Nein. Okay. Da ist noch ein bisschen Schilf. Schilf kann ich immer gebrauchen. Oh, hier sind Affen. Warte, Affen könnte ich doch auch zähmen, oder nicht? Meine ich schon. Oh, jetzt bin ich ganz kurz an dieses, ähm, Ding da gestoßen. Wo ist denn der Bär? Da vorne ist irgendetwas aggressives. Das da. Das da ist es. Ah, nein. Nein, jetzt haut es ab. Jetzt haut es echt ab. Hallo? Junge? Hast du irgendeine Angst? Ich bin dem Besten, ich kann es dir nicht erreichen. Ich glaube, es hackt wohl. Komm, mach dir das mal. Tschüss. Ich dachte es. Aua. Ich sag schon mal vorher, Aua. Aua. Äh, entzünden. Wo ist denn der Schassbär? Da hinten ist der. Ist der jetzt weggelaufen? Aua. Aua. Äh, entzünden und heilen, bitte. Wo ist denn der Schassbär jetzt wieder hin? Da ist er. Aua, der ist tot. Alles klar. Finde die Jäger. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie sagen, ne? Jetzt habe ich das große Fresse gehabt und jetzt, jetzt habe ich es geschafft und was sagen die jetzt? Hä? Ah, die Lammern scheiße. Die Lammern scheiße. Ja, immer hat sich dein Dorf angeschlossen. Cool. Die graue Jägerin. Wir gehen mal eben ins Dorf. Was ist das da eigentlich? Unbekannter Ort. Bin ich denn? Äh, I don't know. Wo bin ich? Da bin ich. Wow. Okay. Dann kann ich eigentlich den mal eben einlegen. Ja, mach, mach. Ich sehe die Karte nicht. 200 Meter. Ja, das geht klar. Oh, da ist ziemlich viel Rauch und alles. So. Kann ich das von hier aus? Ne, kann ich nicht. Kann schon sagen, das wäre schon ziemlich cool, wenn ich das geschafft hätte. Wildschweiner sollten hier nichts machen. So. Komm schon. Du machst das jetzt wieder mit dem Käfig oder so? Boah. Was ist das denn? Ah, das ist der Typ, der als ruft. Okay, das ist der Rufding. Ja, wir verschaffen uns mal eben einen kleinen Überblick. Da ist auch ein Typ, der ruft. Da ist unser Freund. Okay. Ich würde sagen, wir markieren mal eben alle. Äh, da vorne war noch einer, der ruft. Der da. Und der da, ne? Dann lassen wir den jetzt mal frei. Wenn das geht. Geht natürlich nicht. Zack. Tot. Alles klar. Gut. Gut, gut. Dann komm mal mit. Komm mal mit. Ich will nämlich jetzt meinen Freund hier retten. Warte. Okay. Den Außenposten, den haben wir schon mal entdeckt. Ja. Ähm. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Ne, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Scheiße. Komm. Freund, Junge. Los, Winn. Komm, mach was. Aua, aua. Zack. Boah, Junge. Alter. Kannst du auch nicht machen, sowas. Wieso brennt hier jetzt gerade eigentlich alles ab? Boah, Junge. Wir müssen vielleicht mal entzünden, ja. Müssen uns hier alles abbrennen. Alles. Alles. Auch das da. Alles. Auch du da. Weg mit dir. Aua. 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 Ah, Junge. Puh. Auch du da. Abbrennen. Alles. Auch du da. Alles. Schön abbrennen. Aua. Aua. So, der ist tot. Der ist tot. Der wäre beinahe tot gewesen. Und der ist tot. Aua. Aua. Ah, ha, 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 ha. Hör bitte auf. Und du, hör auf zu schreien, Junge. Ja, klappt doch. Meine Güte. Klappt doch. Wieder mit der Eule. Heiska, flusses Außenposten. Rohstoffe und so blablabla. Da ist es. Neue Dorfbewohner. Das ist doch schön. Oder nicht. So. Was ist denn das? Schiefer. Okay. Schilf könnte ich auch immer gebrauchen. Nord C da erst recht. Nord Ton auch. Cool. So. K-Fähigkeiten. Zwei hab ich schon wieder. Krass, wie schnell das einfach noch geht. Ah, hier war ich nicht mehr. Du kannst es raussteigen. Okay. Interessiert mich nicht. Stell zwei Feier der Stadt. Okay. Wow. Wow. Super. Du kannst es jetzt nicht mehr. Okay. Wow. Ähm. Okay. Wow. So. So. Na gut. Komm mal her. Komm. Iss mal. Zack. Nochmal. Jawohl. Zack. Jawohl. Schön. So. Wir können irgendwas machen. Ich weiß nie was. Handwerk. Hier. Speer. Geil. Den Speer, den kann ich upgraden. Geil. Jetzt hab ich den Speer geupgradet. Jetzt macht er einfach mehr Schaden. Ist haltbarer. Und hat mehr Geschick oder so. Keine Ahnung. Cool. Der sieht anders aus. Der sieht anders aus. So. Ähm. Ich würde sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich. Cool. Zack. 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 Wie schnell das geht. So. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Verbesserungsvorschläge und so. Ihr kennt das ja. Junge. Das Fisch. Kein Fleisch. Aber okay. Ähm. Dann. Bis morgen. Haut rein. Ciao.